hallo leute takeo hier weiter geht es mit red dead redemption 2 das letzte mal haben wir ein paar teure pferde von den brave weights geklaut und dann auch die tabak felder der grace abgefackelt jetzt nicht gerade so gute taten die wir vollbracht haben aber wir wollten ja die familien so ein bisschen gegeneinander ausspielen weil es ja anscheinend um viel gold gehen soll von dem wir eigentlich noch nicht so viel gehört haben und ja das hat soweit erst mal gut funktioniert was mir jetzt nur aufgefallen ist hier seht ihr hier scrimshaw checkt uns einfach an wir haben ja hier den patronen gurt von arthur und ich glaube da waren mal mehr patronen drin ich weiß jetzt nicht ob das unseren aktuellen munitionsstand widerspiegelt aber wir haben ja hier unseren vorrat da würde ich mich jetzt einfach mal bedienen und alles einstecken was wir hier so haben wir haben auch sehr viel geld bei uns und hier auch im lager nehmen wir mal hier alles mit die feile würde ich auch gerne mitnehmen falls wir doch mal irgendwie noch was jagen wollen wurf messe sind also ein bisschen die schwächere alternative wie ich finde nach von denen haben wir auch noch genug und hier drüben gibt es noch gewehr munition wir haben auch sehr viel geld vielleicht stocken wir mal auf und ich würde nämlich gerne auch mal die vorräte hier einfach aufs maximum bringen weiß nicht ob man das einfach per kontrollbuch machen kann weil ihr seht oben rechts die icons für arzenei und für unsere nahrung die sind noch im mittleren bereich also gelb vielleicht stocken wir einfach mal unsere vorräte auch für 40 dollar warum nicht ja und dann würde ich sagen kaufen wir uns jetzt auch noch die pferdestation könnte zwar schwören wir hätten da schon so anbindeposten gab dabei wir haben jetzt hier anscheinend zwei neue und dann auch noch ein boot vielleicht mit dem ein bisschen rumfahren können wobei wir auch letztens mit das schon sehr eigentlich eins mitgenommen hatten vielleicht wurde uns das auch einfach geklaut aber ich glaube damit haben wir jetzt wirklich unser lager auf 100 prozent aufgewertet was schon richtig richtig cool ist soviel dazu dann werde ich jetzt noch einen beitrag leisten weil wir einfach auch 3.800 dollar haben und ein paar gegenstände haben wir auch noch damit ist das camp in guten händen und wir können mal schauen was micha hier von uns möchte mal okay blessed are the peacemakers for they shall be called hey molly where's dutch well however it goes i'm not sure all that line of thought serves you or me very well that's because cow poke you are a man of profoundly limited intelligence no doubt well you and the old man and dutch have been running around digging us ever deeper into shit old mr pearson might have gone and lighten the load a little pearson ain't you curious yes gentlemen dutch you tell them fat man it's peace dutch the edriskels i mean i think there's a way what on earth are you talking about get the words out properly fat man i met a couple of the edriskel boys on the road in the town and things are about to get ugly but you know how i am in a fight huh like a corner tiger anyway somehow it didn't but we got to talking and they suggested a parlay to end things like gentlemen gentlemen comb o driscoll have you lost your minds always telling us dutch do what has to be done but don't fight wars ain't worth fighting they want a parlay it's a trap well of course it's probably a trap but what do we got to lose finding out get shot we ain't getting shot because you'll be protecting us it's a trap you shoot the lot of them if it ain't a trap that's slim chance i don't see the point in any of this it's a chance gotta take i killed comb's brother long time ago then he killed a woman i love dear as you say it's a long time ago dutch let's go you and me with arthur protect us no one else what about me this ain't the time for tigers my friend why not we three yeah that's not good let's go then you know i've been fighting come for so long now i can barely remember a time when it was different and you're still fighting him now make no mistake of that here he goes doubting thomas is there any plan you ain't sour on well maybe you're right just nervous let's not waste any more lives needlessly i ain't costing lives here i'm saving them what did you say we had pinkertons coming after us because of blackwater and leviticus cornwall and his private army then who knows when this local hillbilly thing will come to a head hmm and we really afford to be fighting on all these fronts and odriscoll there is wisdom in that i hope so gentlemen but like i said i'm nervous look you ain't even going to be the one in danger we'll get on over there find a nice perch for you to settle into you got that rifle don't you yeah yeah then me and dutch walk right in to the lion's den with you to cover us okay just keep calm unless i give you a reason not to oh we'll be fine we got you i will do my best oh my dear entrusted friend with you watching over me i would walk into hell itself as would hey up there men on the ridge oh driscoll's from the look of them i don't like having eyes on us we're close you'll be the eyes soon enough maybe he's right dutch maybe i have pushed too hard got us into situations that could have been safer i just i see all those mouths we gotta feed and i i dream too big caring too much that's my problem caring too much there's no such thing this is horse shit from both of you it might be micah might be full of shit colmo driscoll might be full of shit the promise of this great nation men created equal liberty and justice for all that might be nonsense too but it's worth trying for it is worth believing in can't you see that friend oh god we're already in the near of valentine that's right under the fels we're going to peel off ahead we'll be meeting down on the plane find a spot just above us where you can keep an eye on things all right all right however this shakes out let's say to me back at the fork in the road afterwards we'll be there partner wie passend hier haben wir sogar das gewehr bekommen mit john da als wir die schäfer untersucht haben oder verscheucht haben wohl eher slow it up 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 Okay, Dutch und Micah sind schon mal da. Ja. Hm. How's that score you stole off us? Which one? Oh, I like that. It's like I said, this is a charismatic leader. A lot of heat on us this time. Both of us. A whole heap of trouble. They offered me a price, Dutch, to bring you in? Why didn't you take it? Well, still might. I am sorry about your brother. Yeah, well, I never liked him much. I liked Annabelle. You always loved the ladies, Dutch Vanderlin. I like that about you. What are we doing here? Go home. Is this thing over? Oh, super. Oh, fuck. I like her. Hello, sugar. You ain't dead, is you? Knock. Hey. Shit. I don't know. Colum's got a sense. Handing them over to the lords. I don't know. Strange times. They killed Seamus. Fucked the whole lot of them. With this fella, Colum's right, we can draw them all back. True. He's escaping, shoot him! Relax. Relax. I got him. Oh, my God. Did I kill you? Oh, not yet. No, of course not. Not yet. But I will. What the fuck? Hat der aus nächster Nähe jetzt einfach mit einer Schrotflinte abgedrückt? Ich glaube, dann wäre nicht mehr viel von uns übrig geblieben. Ach, du Kacke. Ei, ei, ei. Oh, shit. Jetzt müssen wir mal gerettet werden, so wie es aussieht. Finally. Put his weapons over there. Arthur Morgan. It's good to see you. Uh, hello, Colum. How's a wound? I hardly feel it. You will. Septic, it ain't nice. Now, tell me. Oh, fine gun like you. Uh, why are you still running around with old Dutch? Could come ride with me and make real money. It ain't about the money, Colum. Oh, no. Uh. It's Dutch's famous car. Uh. Uh. You killed a whole bunch of my boys. Uh. Six-point gagging. I ain't got no clue what you're talking about. Oh, you lie, my friend. And I thought Dutch preached truth. Let me go, Colum. And end all this crap between you two. We all got real problems now. The way I see it, they get him, they forget about me. They ain't the forgetting sort. If I were you, I'd run as soon as I had to. Oh, I know you would. Let's see. We learn angry Dutch in to rescue you. Grab all of you and hang in. Then disappear. So you only met with him to grab me? Of course. He's gonna be so mad. He's gonna come raging over here. And a whole lot of you. And the law will be waiting for him. Arthur. Arthur. I missed you. Oh, my God. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Du kannst an deinen Fesseln schaukeln, um an die Metallpfeile zu kommen. Na, komm schon. Ich muss schneller schwingen. Schneller schwingen. Boah. Ich fühl mich echt gerade so. Ich fühl mich gerade so. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Das desinfizieren sozusagen, ausbrennen. Oh. Oh. Oh, Kacke. Oh. Ich will nach Hause, nach Hause! Halt auf, ich werde zurück in einem Moment. Was zur Hölle? Wurfmesser. Boah, wir sind voll am Ende. Hatte der sonst noch irgendwas? Nein. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Nein. Okay. Oh, shit. Oh, boah, ey, die sind überall. Keine Chance. Da muss ich vorsichtiger sein. Truhe. Ja, 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 das dachte ich mir schon. So, stimmt, wir müssen hier gar nicht die Sachen zwingend werfen. Ah, das sind sie, die Waffen. Morgan ist weg. Morgan ist weg. Schauen wir, dass wir das möglichst lautlos machen. Sagte er und Ja, 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 ja. Gott verdammt, wie schwer ist es? Okay, immerhin haben sie dem Pferd nichts getan. Die Oldriskels patrouillieren auf den Straßen rund um die Hütte, weiche ihn aus und fliehe aus dem Gebiet. Meine Güte, wir sind schon wieder in der Nähe der Flatneck Station, hier bei Horsche Overlook war ja unser erstes Camp. Wenn ein Gegner einen Schuss hört oder eine Leiche findet, wird er die Gegend nach dir absuchen. Mir egal. Ich schau, dass ich einfach an denen so schnell wie möglich vorbei reite. Komm schon mal, Junge, du kennst den Weg. Komm schon mal, Junge. Ja, genau. Junge. 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 Arthur! Arthur? Arthur! Ich habe gesagt, es war ein Setupdots. Mein Junge, mein Junge, was? Ich habe mich, aber ich bin weggegangen. Ja, ja, du hast. Miss Grimshaw, ich brauche Hilfe! Reverend Swanson! Er hat sich die Tür aufgenommen? Oh, natürlich er hat er. Entschuldigung, Arthur. Es ist ein bisschen late, um die Entschuldigung. Swanson! Mr. Morgan, Mr. Morgan, du bist jetzt sicher. Oh, lass ihn zu beden. Du bist jetzt sicher, Arthur. Okay, ich habe dich. Du bist jetzt sicher. Das ist schön, das ist. Ja, das ist echt schön. Miss Grimshaw, will du mit ihm ein bisschen? Natürlich. Du bist okay, Mr. Morgan. Du bist nach Hause. Wenige Wochen später. Ich dachte, ich würde dich nennen, Mr. Morgan. Ich dachte, ich würde dich nennen, Herr Morgan. Nein, noch nicht mehr, Reverend. Gut. Wie fühlst du dich? Oh, das ist ähnlich wie du. Ich bin froh, dass du das hörst. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Vielleicht, dass nur nach einigen Wochen so ein kräftiger Bart wächst. Und auch die Haare sind ihm richtig lang geworden schon. Na, schauen wir mal. Vielleicht lassen wir das für eine Weile mal so. Das wirkt ja jetzt schon so, als wäre das ein kleiner Schritt. Ah, Moin. Wir wirken schon wieder richtig fit, das ist doch schön. Miss O'Shea. Okay, Jose. Hallo, George. Miss Roberts. Was sieht es aus? Welche Stufe haben wir gerade? Sechs. Wie würde das aussehen, wenn wir das alles ein bisschen... Ach, man kann nicht sehen, wie man alles, wenn man alles schneidet, wie das aussieht, so einzeln. Na gut. Boah, sechs ist schon übertrieben lang. Aber es würde halt noch vier Stufen weiter gehen. Ich würde ihn jetzt mal nicht mehr auf drei schneiden, sondern vielleicht jetzt bei vier lassen. Also ich weiß nicht, sollen wir die Haare pomadisieren? Ne, mir gefällt dieser zerzauste, wildere Look eigentlich ein bisschen mehr. Okay. Sehr gut. So, was steht denn jetzt noch offen? Wir können mit Kieran immer noch angeln gehen. Das ist die Pferdestation da hinten. Und ansonsten hätten wir noch Bill Williamson, der wieder in Rhodes ist. Ich würde sagen, da schauen wir gleich mal vorbei. Danke, die Bolt, dass du uns wieder ins Lager gebracht hast. Guter Junge. Guter Junge. Guter Junge. Boah, aber das war schon echt abgefahren. Ne ganz schöne Aktion, da halbtot von den O'Driscoll auszubrechen und zu entwischen. Oh, wenn das wieder welche sind. Wie sieht es mit unserem Dead Eye aus? Voll aufgeladen. Wir können kein Dead Eye benutzen, ok. Ja, geht's. Genau! Ja? Ich denke, das erklärt es. Ich bin neu. Es sind schweren, Freund. Hier ist eine Idee. Was sagen wir, dass wir die Stärksten? Du bist falsch. Das ist, was ich höre. Dann würde ich mir aber auch gerne ein Gewehr schnappen. Ja. 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 Da mache ich das eigentlich nicht gedacht, dass wir den ganzen Kadaver einfach einpacken. Ah, ich sehe, wir haben so eine verzauberte Tasche, wie Hermine sie hat. Da passen einfach unendlich viele Vögel rein. Zack, Nummer 3. Nummer 4 auch gleich. Okay. Dann auf zu Bill. Das fand ich jetzt noch gar nicht so schlecht, dass wir die erste Runde verloren haben. Ich glaube, dadurch hat er sich nochmal sicherer gefühlt und wir konnten diese Zehnerwette annehmen. Zumindest ergibt das Sinn. Und da haben wir dann die 10 Dollar ordentlich abgeräumt. Finde ich gut. Ah, Michael, Bill und Sean. Was treibt ihr hier? Das war's für dich, Arthur. Well, ich bin froh, dass du dich behält hast. Komm, wir gehen. Was ist der Plan? Wir treffen ein paar von Greys auf der Salon. Sie haben mit Bill gesprochen, um ein Job. Nehmen Sie Sicherheit. Das war's für dich, wenn wir die Hörstchen, um die Hörstchen zu holen, warum machen wir das? Weil wir müssen sie mit ihnen bleiben. Und sie sind schuldig. Also, was für die Sicherheit wollen sie? Wir versuchen es herauszufinden. Now, come on. Das sieht legit zu dir, Bill? Sure. Dutch sagten wir, dass wir weiterhörigen mit ihnen, bis wir diese Gold finden finden können. Können wir sie glauben? Können wir sie glauben? Ja. Wir schauen uns, was sie sagen. Hey, they said there was some big misunderstanding about them horses. Und, was haben sie in ihren Feld? They don't know, dass wir nichts mit dem tun haben. Oh, das so? Ja, sie denken, dass es die Braithwaite war. Listen, ich weiß, dass diese Grae-Boys ein bisschen war. Das ist auf der Ebene. Wir sind in der Mitte von einem ähnlichen Feuern. Aber in der Zeit zu spielen, wir haben sie benutzt. Sie sagten, dass die Katharine Braithwaite war. Hey, hold up. This don't feel right. Now it don't feel right? I could have told you that. Sean! What the hell? Get down! Dammit! Sons of bitches! I want to shit! What the? Dammit! What the fuck? I can't believe you shot me, you bastards! You okay? I'm fine! Oh, son! You idiot! Is he dead? Look at him, of course he's dead! Yeah, zacka! How did you not think this was a trap? You sure you want to talk about this now, Morgan? You see a way out of here? All right now. That got us pinned in good. Now you're gonna pay. You're dead! Ah! Ah! She's still there. Somebody stand out a man for me to buy a man in the back of the land! Dead man walking! Look out! You're dead now! You wish, brat sons of bitches! You're dead, you son of a bitch! Ah! You don't want to cross me, do you? You cowards are in the gun store! You're dead! You're dead now, my brother! You're dead now! analysts are making me Jakarta! You're dead now! It's the wreck! You're dead now! You're dead now! You're dead now! I'm dead now! We're dead now! I'm dead now! Oh So yeah, I'm thinking the craze might be on to us after all Much for the what damn Luke we ain't getting out of this with nothing. That's assuming we even get out of course We're getting out of it. This is you and me Morgan. We always get the job done You call this getting the job Some damn posse to graze rounding up we'd have had to deal with these sons of bitches sooner or later Just turned out to be sooner See that those cowards are running away Looks like most of them not all of them sure of gray And what about there? Where the hell's he? We'll find them later. Come on Sheriff gray You need to get a hold on this town. It's going to hell Who do you think you are? Bunch of two-bit thugs from God knows where You took time to think we don't know what you've been doing Come out sheriff. It's over Sean we put down far worse than you a hundred times over This is the gray's town always has been always will be Only gray's I see left around here is you You want us to come out we'll come out Guns on the ground now both of you Don't do it. You know, we can't do that. You put the gun down chef I'll blow his brains out you want to join your little friend there. Do you either way? You're a dead man Morgan Shit Oh He was a good kid. Well, how the hell was I to know let me see they set us up once before They didn't like us. We destroyed their farm. Should I go on? Oh easy on him Morgan He was out trying to find a lead same as you same as Hosea All you do is complain when things don't work out except when it's your goddamn fault You don't know what you're talking about You don't give a damn about nobody but yourself Oh, you act so high and mighty, but you're no better than the rest of us. I've ridden with you boys close on what six months now And all you ever done was complain you can fight, but you can't think you can't do either Oh Okay, cowpoke Bill, take the ball to the bottom. Very improper someplace. Quiet. Micah Best you and I don't speak for a moment. I'm just so frightened by you Get out of my side A pair of fools He was like an annoying little brother to me what fun we had riding together What a goddamn mess we are making of things Roads und das umgebende Gebiet sind abgeriegelt Alle in dem Gebiet verbleibenden Gesetzeshüter suchen nach dir Schon wieder eine Stadt, die wir aufgemischt haben Okay Okay Dann würde ich sagen ist unsere nächste Aufgabe mit Dutch zu sprechen und das alles in irgendeiner Form zu klären Aber für die Folge soll's das erstmal wieder gewesen sein Vielen Dank fürs Zuschauen und dann geht's weiter in der nächsten Folge Bis dann Leute, macht's gut Ciao